So, entschuldige. Nun frag Sam endlich, ob er mit dir zum Ball geht. Worauf wartest du noch? Du hast recht, ich krieg das hin. Ich zieh's durch. Was ist, wenn er Nein sagt? Er wird nicht Nein sagen. Entschuldige, er ist ein netter Kerl. Ja, er würde definitiv mit dir zum Ball gehen. Bestimmt, definitiv bestimmt. Pipi. Okay, du hattest recht. Ich bin total unnötig nervös. Wünscht mir Glück. Wow, hey! Pass auf, wo du langläufst, Tollpatsch. Sam, ich wollte dir nur sagen, dass ich mich total auf den Schulball heute Abend freue. Ich war echt geschmeichelt, als du mich gefragt hast. Gefragt? Hä, hab ich? Du bist süß, wenn du so vergesslich tust. Wir sehen uns um acht. Hier, Sadie. Das gehört dir. Romeo und Julia. Sadie, beachte sie nicht. Du brauchst keine Verabredung für den Ball. Du kannst allein hingehen. Mach ich auch. Du gehst allein? Ich auch. Wollen wir zusammen gehen? Klar. Oh, entschuldige, Sadie. Wir könnten auch zu dritt gehen. Ja, die drei Amigos. Die sieben Samurai. Minus vier. Ich schätze, ich könnte auch ohne Verabredung zum Ball gehen. Daran ist nichts falsch. Also, sag die magischen Worte. Schließlich bin ich eine starke, unabhängige Frau. Aber trotzdem wollte ich gern mit Sam hingehen. Basketball so stumm und still, mit Leben ich dich jetzt erfüllen. Hervorragend. Und nun kehrt den Zauber um. Val mag ihn nur, weil er der süßeste, beliebteste Junge der Schule ist. Ich mag ihn, weil er ist, wie er ist. Sadie spricht den Umkehrzauber. Val ist so oberflächlich. Ich wette, sie würde Sam sofort fallen lassen, wenn sie auf dem Ball einen süßeren sieht. Sadie, sprich sofort den Zauber. Ups, der Trick war verhofft. Nun sei bewegungslos. Der war gut. Hervorragend. Hm, warte mal kurz. Ja! Wie wäre es, wenn ich mit einem absoluten Hingucker zum Ball gehe? Diese Lance Lightning Puppe ist super süß. Val würde total auf ihn abfahren. Und dann könnte ich Sam um einen Tanz bitten. Lance Lightning wird dich beschützen. Ich bin wie der Blitz. Nur für mein Verständnis. Anstatt einfach allein zum Ball zu gehen und Sam um einen Tanz zu bitten, willst du Lance Lightning zum Leben erwecken, ihn mit zum Ball nehmen und Val bezaubern lassen, damit sie Sam sitzen lässt und du mit ihm tanzen kannst. Ja, voll einfach. Plastikpuppe so stumm und still. Du kannst diesen Puppe nicht einfach zum Leben erbeten. Das wäre ein einnütziger Zauber. Äußerst uncool. Du bist so ein Spielverderber, Gilbert. Plastikpuppe so stumm und still. Jetzt hau ich gleich mit dem Foto auf den Tisch. So stumm und still. Mitläss ich dich jetzt erfüllen. Ha, daneben. Unterschätze niemals die... Oh, du meine Güte. Das ist ein Spielverderberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Bis zum nächsten Mal.